Und willkommen meine Leute, wieder zu meinem Let's Play, Black Ops 2, Call of Duty und, ja, wie wir mal ne Runde, Hardcore. Hardcore Team Deathmatch ist immer geil und ich bin nicht der Beste daran, oh, der ist jetzt schon recht los und jo, nein, hätte ich bloß noch da geguckt. Bäm, angeholt. Leute. Alter. Ich bin nicht der Beste, ne? Boah, Alter, Leute, ich hasse das. Ich hab grad kein Wunder bei mir. Alter, was ist das? Leute. Fuck, Alter. Fuck. Warum kommen die immer von hinten, Leute? Warum? Warum ballern die uns gegenseitig ab hier? Warum so? Alter, fuck dich. Mann, Leute. So schlecht. Oh, Mann, Alter, warum immer von hinten? Leute, Leute. Das war schon. So schlecht, ey, so schlecht. So ist mir nicht. Oh, ja. Machen wir da noch Pistole rein. Juckton. Nee, jetzt nicht um Gewinn oder so. Hauptsache, ich hab Spaß. Wir haben Spaß. Das ist das Wichtigste. Es geht nicht um eine KD oder so. Hauptsache, man hat Spaß. Und wer das nicht denkt, der hat, der es ein Angebe. So. Mach. Okay. Joi Nein Alter Leute, wie viel schluckt der bei Hardcore? Nein, warum knallt der mich ab? Leute, mann, ich bin heute wirklich nicht in den Stimmungen gegangen. Mann! Scheiß Busche! Leute, passt auf! Nein, nicht getroffen! Oh Mann, ich hasse das, ich bin hier gekommen und ich habe gerade eine Granate. Lass mir echt zu viel Zeit mit Ballon, Alter! Leute, Leute, Daumen hoch, wer Campers hat. Ich verstehe das, ich weiß nicht, du hast. Okay. Ernst? Leute, nach dieses Video mache ich bestimmt noch ein nächstes Video von Minecraft. Da stelle ich eine Map vor, meine Pixel Art Map. Oh, souri. Oh, souri. Oh, souri. Oh, souri. Oh. Egal ob ihr jetzt sagt, ich bin Hardscope oder so. Nein! Gut, Leute. Sehen wir uns später wieder bei Minecraft. Bis zum nächsten Video. Wir gucken uns dann nochmal die letzte Abschlusskamera an. Nice. So, haut rein, Leute. Nicht meckern in den Kommentaren, dass ich schlecht bin oder so. Ich weiß, dass ich schlecht bin. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.